Hallo liebe Leute, wir spielen heute wieder eine Runde One-Ended Chamber, mit dabei der Jan, von unserem Kanal TrickTV und der Thomas, alias YourSave Rider, ja, als kleiner Gast. Erstmal hier ein Applaus für Thomas, als erster Gast auf unserem Kanal. Juhu, Thomas, das ist geschafft. Juhu, Thomas, das ist die Map vom Wasser, das fehlt nämlich ganz schön den Schnee. Ja, den Schnee in den Süden, das hat immer auch halb Schnee, das ist auch verraten. Äh, das ist ein Schnee, das ist halt gerade ein Schnee. Das ist eine Schneeregion. Ähm... Und es geht in 10 Sekunden. Oh! Das ist eigentlich das Bio-Peiger. Das ist also der Schnee, das ist künstlich. Da hinter den Maul ist es hier kein Schnee. Hinter den Maul ist nichts. Da muss ich ganz am Spongebogen stehen. Oh nein, nein, nein. Nein, Lukas! Äh... Warte, wir kennen den Wanns. Äh, 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 äh... Und wo ist das? Mama, ich hab dich auch nicht erst mal wieder. Ich hab doch die Chance nicht. Und wie geht's? Ich verfolge dich, aber es hat gar keinen Sprint. Ich darf die Sprinte jetzt fliehen, fast, sonst bin ich gleich weg. Boah, ich hab den Angst. Wie spannend. Wieso rechst du mich noch mal an? Bei dir, ein... Nein, ich hab den Angst. Oh, scheiße. Voll im Zweifel. Voll im Zweifel. Freude abwahlern. Oh, scheiße. Er wusste sich ja nur noch mal so. Mann! Ben dood. Yes! Noch ein Kill, ich geh voll der Skler. Oh, Lukas, nein, 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 ne, 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 ne. Entschuldigung, Entschuldigung, warte, ich hab was auch hinter dir. Ne, der greift mich an, der macht mich jetzt da. Boah, ich möchte doch nicht auf mich einfach. Ja, kill's. Ah, das ist geil. Aar, das ist geil. Sie war voll in die Runde. Ja, ja, du bist glitter, ne? Wie? Nein, ich bin super! Ich bin down, ich bin down! Ja, da komm! Ich hab doch ein Leben! Nein! Wie dumm, wie dumm muss man sein! Und zwölf? Der killt schon! Ja, ich möchte Tate mal dich hier an, weil du hier grade an mir vorbeigeladen bist. Soll ich vorgehen? Sag mal, wo du lang ist, dann geh ich runter und weiß nicht. So, wie bei dir kommt das? Äh, nee! Warte, warte, pass auf, da kommt einer! Pass auf, pass auf, pass auf! Pass auf, da hat noch einen Fall gelaufen! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Unser Speziell, ne? Man weiß nicht, ja. Uff! Jetzt kommt keiner! Ja! Es steht bestimmt schon die ganze Runde im Eck! Ah, wir haben genau viel gelb! Wieso, wieso, wieso! Nein, ich geh nicht! Mein Kalt! Ah! Nein! Ich hab nur ein Leben! Ich hab aber noch ein paar Herzchen! Oh! Hast du noch Leben oder wirst du da? Ich hab noch zwei Leben! Ich hab nicht verändert, ich hab sie nicht darauf geschlossen! Warte, ja! Ich glaub' immer, was ich nicht gut mitzunehmen! Boah! Ah, zu schuld! Ah, zu schuld! Stimm! Stimm! Stimm, 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 stimm! stimm, stimm, stimm! Stimm! Stimm, stimm, stimm! Stimm, 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 stimm! Oh, scheiße! Nein, ich hab noch ein Herz. Ah, du bist ganz gut dabei? Nein! Nein! Es ist die Hunde. Ja, du warst Zweiter. Okay, das war... hängen wir noch eine Runde dran. Ja, komm, wir hängen. Ja, komm, lobby 10, lobby 10, lobby 10, lobby 10. Okay, nun lobby 10. Jawohl, lobby 10. Welchen boten wir? Äh... Nein, 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 nein. Ich mach mal weiter, oder? Nein, ich mach mal weiter. So, eigentlich... Ich nehm einfach mal, okay, oder? Hä, wie wartet man denn? D-Lash-Worten. Achso, ich mach immer ich, ich mach immer die sämtliche Leerzeiten. Hä? Man muss auch mal die Leerzeiten machen. Ja, hab ich... ja, ja, ja. Wir wollen keine Leerzeiten machen. Äh... Soll ich sollte man hier, hier in die Zerwartung war geschehen, dann kommen wir noch mal in die Zerwartung. Ach, das ist viel cooler. Naja, das würde schon echt machen. Aber naja... Äh... Jetzt sind meine Eltern weg, ich hab zwar keine Ahnung wo, die haben einfach mal tschüss gesagt, aber naja... Naja... Wirklich, die haben nicht mehr gesagt, die haben einfach tschüss. Also tschüss, Lukas! Ich wollte kurz... Ich bin voll in der Socke. Mit deinem Bruder Drachen fliegen würde ich... Nein... Mein Bruder sitzt auch da und zockt. Ernsthaft. Mit deinem Bruder? Aber jetzt reden wir mal nicht über die Familie... und Freunde. Wir haben ja auch viele 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 Freunde, ne? Ich hab' den Zerwartung gekriegt. Ah, doppelkill! Oh, geil! Doppelkill! Oh, geil! Doppelkill! Oh, geil! Doppelkill! Nein, nein! Nein, nein! Alter, ich... Nein! Ich hab' das voll in der Schule gefunden. Nein! Moin! Ich wollte halt nicht so irre, ich hab' das immer nicht sein! Das kann doch nicht sein! Ihr macht irgendwie irgendwie die Wand, weil den Geduld äh'n, oder? Ich seh mich gar nicht! Oh, nein! Oooo! Das war nicht gut! Gärt' dich schon nämlich schall so schlecht! Ja, ich auch, äh. Hab's schon wohl nur noch drei Leben ohne einen einzigen Film. wie auch abendet ein ja in ja ein und der so mit dem man den 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 ich bin auch komplett gut. Erstmal jetzt dann wählen, Lukas. Hallo, Lukas! Hallo, ich hab noch ein Leben. Ich glaub ich renn jetzt einfach mal hier. Wie er ist, die Backe voll. Ich erste nur... Alter, meine Hände sind mir voll die Backe. Weiß ich, ja ich besitze gar keiner. Oh! Oh! Also noch ne Wunsch, die war zu kurz. Oh! Okay, dann machen wir das gleich gut. Geht eigentlich Slash-Arcade? Es geht doch Slash-Arcade-Cannace. Okay, welche Lobby? Ähm, 8. Ach, ne, 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 ne. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Wie wär's mit Lobby 6? Lobby 38. 6, hab ich gesagt. Oh, die Glocke. Wie das? 38, ich bin in 38, da kommt ein bisschen abfragen. Wie lange nehmen wir schon auf? 8 Minuten. Ich dachte, wir nehmen schon länger auf. Ach, ne? Okay. Ach, ne, das ist voll. Ach, ne, das ist vollgegangen. Ich versuch mal, noch reinzukommen. Ja, warte. Hat wer geläftet? Nein. 8 Helsinki Schloا! S Petersen, Wolfgang. nachher ansells europe. Dichtbar oder schlafen? 畔nal. Na links? Schloa! Ja. Na rechts? Ich sage es nicht, oder? Ja. Sonst? Nㅋㅋㅋㅋ Prozent Prozent an man Prozent Prozent das ist Prozent Prozent mit sie Uwe dann was ist für mich Ich würde sagen, ihr macht die Runde noch schön zu Ende. Dann ist das gleich. Ja, aber... Ich renne jetzt lieber mal weg, weil ich rausgekommen habe. Das macht keinen Sinn auf Angriff. Redest du dann schon noch mit uns, Thomas? Oder... Klar. Ich... guck mal nach anderen Dingen. Ich stehe jetzt 10 Sekunden, um den Jans auf den Jans zu ziehen. Ja, ja, ich wollte dich umbringen. Oh, ich bin hier weg von mir. Deine Janski bei High-to-Chamber-Team sollen. Hey, komm! Ich komm nicht klar! Ich komm nicht! Ich glaub' klar gerade! Ich bin aber zu schlecht mit dem Bogen, glaub' ich. Hey, Jan! Alter, komm! Alter, leg mich klar! Ehrlich! Ist super! Oh, ist da jemand gestorben? Nein, warum? Ich muss mal kurz... Ich muss mal kurz... Ich muss mal kurz... ... was so angekühlt ist, ja? ... 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 Wieso treffen die denn alle? Spanns, Lutscher, Mann! Ey, hier ist noch nichts für den Platz. Hier, hier, hier kommt die LPs mit Leidenschaften. Ehrlich. Es kommt es auf einmal nur an. Ich verspende meine Pfeile ja eventuell. Oh, das ist mir eigentlich furcht. Komm, ich hab mal den ersten Schlag. Aber er hat mir gleich noch niedergeschlagen. Und ich... Kann mir jemand erklären, warum immer ich so weg? Ey, schreibt's in die Kommentare, ich bin angepist. Und der Bursch. Ich spektate das an. Einfach sehr optimistisch. Nein. Na, warum? Auf jeden Fall finde ich es sehr cool, dass man wirklich spektaten kann, ne? Weil zum Beispiel bei Rennschnitz kann ich meinen, wenn ich immer spektaten und das finde ich... Pass auf! Danke, Tom. Okay. Also, der ist ganz stark. Der macht mir immer dann auch mal kalt zu machen. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ja, ich würde sagen, dass... Das war's für heute, der macht. Und so ist der Hauptrand. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.